Fotografen rausgesucht, ja, nicht sehr billig, aber ganz toll. Und wie die Kinder auch aussehen, ist ganz hübsch gelungen. Ja, ganz hübsch gelungen und unser schöner Collie hier. Ach, wie süß! Wie süß, dass der auch noch aufs Bild gepasst hat. Und die Berge im Hintergrund. Schöne Berge, dieser Urlaub in Österreich ist auch wirklich immer so entspannt. Ich liebe die Berge und ich liebe Österreich. Ach, wir müssen dann wieder Skifahren. Das wäre schön. Ja, wir gehen hier Skifahren. Oh ja! Ich buche uns schon mal einen Flug. Juhu! Nächstes Wochenende? Ja, gut!